Der Traum von Rapture ist ausgeträumt, aber mit dem Erwachen werde ich neu geboren. Du wirst immer bei mir sein, Vater. Deine Erinnerungen, das, was dich antreibt. Wenn ich dich brauche, wirst du da sein und mir über die Schulter flüstern. Es gibt keine Namen für das, was ich bin, aber die Welt ist stetig im Wandel. Und mit deiner Hilfe wird man mich niemals kommen sehen. Und mit deiner Hilfe wird man sich nicht mehr bei mir. Untertitelung des ZDF, 2020